Hallo Dino-Freunde! Ja, wir waren letztens bei Level 48, machen damit dann heute weiter bei Level 49. Ähm, ja. Gut, ich bin schon 10 Level weiter. Ne, irgendwie stimmt das auch nicht. Also er zeigt immer, ähm, der hat jetzt Level 59 angezeigt, aber in Wahrheit bin ich nur bei Level 54. Also ich weiß nicht, warum der da immer ein paar Level mehr anzeigt. Aber wir kümmern uns heute um... Hä? Moment. Wir kümmern uns heute um Level 49. Ja, äh, was... Ich möchte noch einen Kritikpunkt... Ich hab ja schon... Ich bin das Spiel ja öfter am kritisieren. Aber ein Kritikpunkt ist auch, dass, äh, das tägliche Reingucken hier nicht wirklich belohnt wird. Also es gibt hier diese Quests, aber die sind, ähm, mehr schlecht als recht. Also die finde ich auch nicht so toll. Also es müsste tatsächlich irgendwas geben, äh, wo man tägliche Kisten aufmacht. Oder, oder. Also irgendwie so... Der Anreiz, das Spiel öfter mal anzumachen, ist einfach nicht gegeben. So, jetzt, ähm... Ach, wartet mal! Äh, wie viel... Können wir vielleicht den Eisschuss ein bisschen leveln? Wir haben 9.000. Und der Eisschuss kostet 6.000. Tja, dann würde ich sagen, tun wir den mal leveln. So, weil den hatte ich noch nicht gelevelt. So, und jetzt legen wir los. Was auch ein bisschen schade ist, äh, diesen vierten Slot für, ähm, zum Schießen, äh, den kann man tatsächlich mit den Diamanten freikaufen. Aber nur für ein paar Tage. Und, äh, das ist tatsächlich, äh, ein bisschen sehr... Ja, das ist, äh, äh, nicht so toll, finde ich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir warten mal ab. Ich lasse die jetzt hier durchlaufen. Ja, den Typen hier, da mache ich mal eine Bombe. Ja, der hat echt viel Leben. Also... Ja, der ist schon nicht ohne. So. Ja, da kommen schon die, die, äh, hier, die mit den Pieks an. So, ich werde jetzt auf jeden Fall schon da hinten meine Kombi fahren. Hier werde ich die mit den Pieker noch weg machen. Also ihr seht, ich bin ganz entspannt geworden mittlerweile. Also hier, um die kümmere ich mich tatsächlich echt spät. So. Also relativ spät. Okay, das war jetzt, äh, dumm, oder? Naja, es ging ganz so dumm auch nicht. Oh nein, ihr habt einen Pieker übersehen. Ja, die sind halt echt die Hölle, ne, die, die Typen mit den Piekern. Komm, du wachtest mal da, bitte. Und der wird runtergeschossen. Mein Tyrannosaurus ist schon wieder weg. Und das geht auch manchmal echt schnell. Also viel zu schnell manchmal. Ich muss die Frau unbedingt einfrieren. Hier den Pieker-Typen wegmachen. Weil der Tyrannosaurus Rex ist noch nicht da. Und jetzt haben sie schon, ja, jetzt haben sie meine Spucker kaputt gemacht. Ähm. Ja, da ist einer mit dem Pieker. Der macht den Tyrannosaurus Rex direkt wieder instant kaputt. Das ist das Problem, wenn man sich nicht um die kümmert. Ja, das ist, das läuft jetzt gerade echt schlecht. So, der muss unbedingt wiederkommen. Ich höre auch schon den nächsten Endboss. Also, ist ja immer derselbe Endboss. Ist ein bisschen schade. Also, das Level-Design ist wirklich super schlicht gehalten. Es kommen immer dieselben Leute. Ähm. Nur manchmal halt mit verschiedenen Rüstungen. Also, die Frau hier bekommt dann eine bessere Rüstung. Ist dementsprechend schwerer zu schlagen. Ansonsten ändert sich eigentlich nichts. Tatsächlich. Also, es ist... Ja, da ist schon wieder einer mit Pieker. Der macht meinen zwei sogar. Ja, die haben den Dino extrem zu schaffen gemacht. Ja, das ist echt so ein Käse, ne? Also, eigentlich ist der schon hin. Man kann den doch schon vergessen. Und da ist halt die nächste... Die nächste Frau. Ja. Mal hier ein paar Steine draufwerfen. Und weg ist er. Und damit ist auch der Spucker weg. Ich hoffe... Ich hoffe, die kommen nicht... Ich hoffe, die kommen nicht... Bis zu meinem Schleuder-Heini. Weil das wäre echt doof, wenn der kaputt geht. Ja, kommen sie. Aber die kommen durch. Und tot ist er, ja. Na gut, na gut. Aber ich glaube, wir sind eh durch. Also, ich... Bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt die letzte Welle war. Und... Ja. Also, tatsächlich sind die Level manchmal auch schlechter konzipiert als die davor. Also, ihr habt gesehen, Level 48 war tatsächlich viel schwerer als Level 49. Also, irgendwie habe ich jetzt hier null Probleme gehabt. War sehr entspannt. Und Level 48, wer das geguckt hat, war tatsächlich schwerer. Also, da habe ich irgendwie nur ganz knapp irgendwie das geschafft. Habe ich das Gefühl gehabt. Naja, auf jeden Fall habt ihr jetzt noch links ein Video und rechts ein Video. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder bei Level 50. Rein, ja. Und rausgeschaut. Eure Ente.